So, hier ist jetzt die Rezeption vom Club Magic Life in Ägypten. Traumhaft schön. Hier auch die Links ist auch super, super schön, wirklich. Die ganze Anlage, traumhaft schön. Und hier ist richtig viel Platz, auch in der Lobby. Also wirklich viel Platz ist hier. Hier kann man wunderschön sitzen, hier hinten. Ich zeige euch jetzt den ganzen Club. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Reisebüro Feller, auf Gefällt mir hier unten drücken.